Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's euer Christian und heute wieder für euch am Bach unterwegs. Es gibt heute eine neue Angel von mir, die ich teste und mit einer schönen neuen Rolle drauf. Beides gibt es auch für euch zu gewinnen, also zuschauen und aufpassen lohnt sich hier mal wieder. Ich bin gespannt, was ich heute ans Band kriege. Ich werde es mit der Pose probieren und wie das hier am Bach funktioniert, das zeige ich euch. Ich habe mal wieder den Katalog von Angelsport Gehrlinger durchgeblättert. Mir ist hier diese Shimano Route aufgefallen, zusammen mit der Cormoran Rolle. Hätte beides sonst normalerweise 100 Euro gekostet, ist reduziert. Jetzt auf unter 50 Euro. Das ganze Ding hier, Route und Rolle, kostet derzeit so circa 43 Euro. Finde ich einen super Preis. Die Route ist schön verarbeitet, habe ich direkt gesehen. Und die Rolle, die habe ich mit 18er Schnur gespult. Ist auch sauber aufgespult, sieht gut aus. Alles gefällt mir, weil das ja hier eine Mini Float, also eine Posenroute ist. Es sieht für mich aus wie eine schöne Matchroute, die ich früher mal hatte in der Art. 3,30 Meter Länge und eine schöne empfindliche Spitze. Starkes Rückgrat, da kann man gut mit der Pose mit angeln. Da kommen die Anschläge gut durch und man kann auch schön werfen mit leichten Posen. Ich habe jetzt hier am Bach diese schlanken Posen benutze ich da gerne. Und zwar hier die aus diesem transparenten Material. Die werden auch von den Fischen nicht so gut gesehen. Die rote Spitze kann ich aber gut sehen im Wasser. Die Tragkraft der Pose spielt eigentlich keine Rolle, denn ich werde sie leicht überbleien. Ich werde da so drei, vier Gramm Blei drauf machen. Die letzten zwei Blei lasse ich auf dem Boden aufliegen. Die Pose ist dann tiefer als Wassertiefe gestellt, schleift dann so auf der Wasseroberfläche. Beim Biss seht ihr ganz schön die Pose so zucken und bewegen. Dann kann man die Rute anheben, ein bisschen hinterher gehen und man sieht auch ganz schön, wie der Fisch mit der Pose dann abzieht. Hat ein bisschen weniger Widerstand, als wenn ich das sonst hier wie mit meinem Grundblei und die Rutenspitze als Bissanzeiger benutze. Deswegen hoffen wir mal, dass es klappt. Zu meiner Serie günstig und erfolgreich auf jeden Fall ein tolles Zubehörteil hier. Rute, Rolle, beides zusammen 43 Euro. Da kann man nichts sagen und es ist ja wirklich Markenmaterial. Die Posen hier, die habe ich noch ausgegraben, die hatte ich noch zu Hause. Damit wird es hoffentlich funktionieren. Das Ding werde ich nachher noch verlosen hier, beides. Rute und Rolle, wie ich eben schon erwähnt habe. Also wirklich für euch auch wieder toll. Da gilt mir noch zu sagen, ansonsten habe ich ja jeden meiner Kommentare persönlich beantwortet. Das war ja immer mein Steckenpferd und ich habe mir wirklich Mühe dabei gegeben. Aber jetzt seit ich ein paar Gewinnspiele gemacht habe, bekomme ich über 1000 Kommentare. Da ist es natürlich schwierig, alles zu kommentieren und wenn manche nur die Gewinnspielfrage da rein posten, dann ist es für mich auch schwierig, da irgendeine Antwort drauf zu geben. Ja oder nein oder sonst was. Deswegen, wenn jemand mir was Persönliches schreibt, das sehe ich schon, auch wenn ich da nicht kommentiere. Ansonsten nehme ich mir noch sehr viel Zeit, die Kommentare durchzulesen und freue mich natürlich über jeden Kommentar. Aber jetzt wollen wir erst mal Fische fangen. Spare ich mir Wirbel, Vorfach, Perle und so weiter und binde hier den Haken, den Plättchenhaken, direkt an die Hauptschnur. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr bildet so eine Schlaufe in der Hauptschnur, legt die auf den Plättchenhaken drauf, wickelt mit dem Ende der Schlaufe. Also je nach Schnur kann man so zwischen sechs und zwölf Mal um den Schenkel gehen des Hakens. Dann ziehe ich das durch die Schlaufe, ziehe das Vorfach oder jetzt ja die Hauptschnur fest, stramm ziehen, guckt mir den Knoten an, ob der schön sauber liegt, legt den von unten an das Plättchen. Da muss nämlich die Schnur dann enden. Das sieht schön aus. Festziehen, noch einmal festziehen, sich das angucken. Jawohl, das sieht schön aus. Das überstehende Ende habe ich abgeknipst. Müll nehme ich mit nach Hause. Schön angebunden. Der Haken ist dran. Jetzt kommen noch drei Bleischrote drauf, mal zwei von den kleineren hier und eins eine Nummer größer. Das müsste reichen. Die Blei müssen so gewählt werden, dass der Köder schön am Grund liegen bleibt. Das untere dann nämlich das kleinste, das mache ich relativ nah vor den Haken. Ich würde sagen so 15 bis 20 Zentimeter. Das sieht schön aus. Das zweite dann ein Stück höher. Auch noch das kleine. Und dann mache ich noch eins. So tief müsste das hier ungefähr im Bach sein. Ich stelle die Pose ein bisschen tiefer und mache das letzte Bleischrot dann unter die Pose. So sieht das schon schön aus. Jetzt werden die zwei letzten Bleischrote auf jeden Fall auf dem Grund aufliegen. Dahinter ist dann der Köder. Wenn der Fisch beißt, dann bewegt er die beiden Bleischrote und dann sehe ich das auf jeden Fall an der Pose im Wasser. Oder er zupft einfach dran, dann kann ich es auch an der Pose sehen, die auf der Wasseroberfläche liegt. Ich zeige euch das gleich. Ich habe jetzt zwei Würmer auf den Haken gemacht und werde jetzt mal ausprobieren, wie die Pose im Wasser steht. Wieder an meine Stelle da unten, die kenne ich ja schon. Ah, das gefällt mir sehr gut. Das Schöne ist, die Pose treibt auch jetzt genau in die Mitte der Strömung. Quasi da, wo auch die tiefe Rinne hier ist. Und mit der langen Route habe ich einen guten Einfluss darauf, wo ich die Pose halt haben möchte. Und ich hoffe natürlich, dass da die Fische auch sind. Aber das sieht gut aus. Jetzt kann ich mich hinsetzen und dann auf den Biss warten. Der erste Fisch ist am Band. Nichts Großes, wie ich denke. Aber die Pose hat funktioniert. Da haben wir mal wieder einen kleinen Rapfen. Die scheinen hier häufiger zu sein. Der hat sich den Wurm hier schmecken lassen. Schöner Fisch. Ihr seht dieses große Maul. Spitze Schwanzflosse, so dunkel gefärbt. Kleine Schuppen. Typisch Rapfen. Das war jetzt ganz interessant. Ich hatte jetzt die Rute wieder auf dem Schoß liegen. Die Rutenspitze über dem Wasser. Die Pose lasse ich nicht treiben, sondern die schwimmt halt auf der Wasseroberfläche und furcht da so in der Strömung. Der Rapfen hat gebissen. Erst hat er die Pose ein Stück mitgezogen, untergezogen. Dann habe ich die Rute in die Hand genommen und dann habe ich wirklich gesehen, wie er dann ans Ufer geschwommen ist. Die Pose hinter sich her. Ich konnte schön anschlagen. Das war ein bisschen leichter, da den Anschlag zu setzen, als wenn ich hier auf Grund angel. Weil wenn ich auf Grund angel, da habe ich wirklich nur die Rutenspitze und kann sonst nicht sehen, wohin schwimmt der Fisch. Was macht der Fisch gerade mit dem Köder? Sondern ich habe wirklich nur die Rutenspitze, die sich bewegt und zuckt und muss dann irgendwann den Anschlag setzen. Jetzt mit der Pose ging das etwas einfacher. Hat toll funktioniert. Ich hatte vorher ein, zwei Fehlbisse, aber ich denke mal, das waren noch kleinere. Der Wurm sieht noch gut aus, deswegen werde ich das Ganze noch mal da ins Wasser befördern. Wieder unter die Erle da. Die Rute lege ich mir jetzt gleich wieder auf den Schoß. Die Pose schwimmt jetzt wirklich schön auf der Oberfläche, sieht gut aus und ich kann jeden Biss sehen. Hat funktioniert, funktioniert hoffentlich noch mal und hoffentlich kommt mal ein größerer dabei. Ich würde euch ja gerne mal so eine große Barbie hier zeigen oder einen von den richtig schönen Döbeln, aber das ist eben Angeln, das ist Glückssache. Man weiß nie, was man bekommt. Fisch hatten wir jetzt schon, das ganze Ding funktioniert, da bin ich schon mal glücklich. Mit dieser Montage könnt ihr auch wunderschön am See angeln, besonders wenn der See nicht allzu tief ist, sonst müsst ihr eine Laufpose verwenden. Mit so einer feststehenden Pose könnt ihr so Bisswassertiefe so lang wie die Rute, sonst ist es halt schwer zu werfen. Ich würde sagen, bei der 3,30 Meter Rute, da klappt das so bis 2,50 Meter Wassertiefe, da lässt sich das noch gut werfen mit der feststehenden Pose und zeigt natürlich auch im See die Bisse wunderschön an, besonders wenn ihr einen Blei unten auf den Grund aufliegen lässt und dann der Fisch wirklich bei der Köderaufnahme das untere Blei anhebt, die Pose leicht aus dem Wasser kommt. Das ist spannende Angelei, das klappt auf Schleien, Karpfen, auf alle Friedenfische, da habe ich schon wieder Biss und da zieht die Pose schon wieder in Richtung Mitte. Ja, habe ich mir verschlagen. Bremse mache ich ein bisschen fester, ihr habt gehört, die hat gerade Schnur nachgegeben. Wurm sieht noch gut aus, da machen wir aber gleich mal einen frischen drauf. Aber die Fische wollen. War auch heute der erste richtig warme Tag, wir hatten fast 30 Grad, so ein schönes Hochdruckgebiet. Wird auch vielleicht ein bisschen länger bleiben, mal gucken ob die Aale beißen. Habe ich ja dieses Jahr noch keinen gefangen, sonst hatte ich um die Jahreszeit immer schon ein, zwei Aale gehabt bei meinen Ansitzen hier am Bach. Aber dieses Jahr ist es etwas anders. Unheimlich spannende Angelei jetzt mit der Pose da vorne. Wer meine Videos alle gesehen hat hier am Bach, der weiß, dass hier auch wirklich schöne große Fische drin sind. Ich habe hier schon Karpfen gefangen, kleine Wälse, dann Aale, schöne große, richtig große. Baben, Böbel, Rapfen, wirklich alles tolle Fische. Da ist der nächste Biss. Jetzt lasse ich ein Stück schwimmen. Ja, ich denke mal das sind recht kleine Fische, noch kleiner als der gerade. Ne, den habe ich mir wieder verschlagen. Aber Fische sind am Platz. Wie der Ewald immer so schön sagt, wenn die kleinen wollen, wollen auch die großen. Gucken wir mal, ob wir noch einen kriegen. Ja, so spannend kann Ansitzangeln sein. Eigentlich wollte ich mich auf meinen Stuhl setzen und den Sonnenuntergang genießen. Und jetzt stehe ich hier und starre auf die Pose. Der nächste Fisch am Band hier. Die Rute macht das wirklich gut, der ist etwas größer. Oh, schön, ist eine kleine Barbe. Habe ich eben noch von gesprochen. Die hätte ich gerne in dreimal so groß, aber die sieht schon wirklich schön aus. Die hat sich die Würmer hier schmecken lassen. Der Haken sitzt schön vorne, den kriege ich gut raus. Eine schöne kleine Barbe. Typisch dieses unterständige Maul. Zwei Bartfäden hat sie vorne. Also so ein Grundfisch typisch. Dabei stromlinienförmig und richtig stark. Die gibt es im Rhein wirklich in einer tollen Größe. Und auch hier im Bach werden die so bis, ja, bis 60 Zentimeter habe ich schon gefangen. Vielleicht gibt es auch noch größere. Und dann, die hat jetzt schon selbst in der Größe an der Angel richtig Spaß gemacht. Die geht jetzt schnell wieder rein. Die muss noch ein bisschen wachsen. Weg ist sie. Tolle Fische. Wirklich an der Angel aggressiv und wegen dieses stromlinienförmigen Körpers und der großen Schwanzflosse machen die richtig Druck. Sind wirklich Strömungsfische. Die mögen starke Strömung, lieben die. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwo einen Fluss habt mit Stromschnellen oder so ein Wehr oder sowas. Dahinter, das ist Babenland, sag ich mal, Babenregion. Da könnt ihr die schön fangen. Ich habe die früher auch sehr gut mit Käsewürfeln gefangen oder mit Haferflockenteig, mit Parmesankäse. Beißen sie auch sehr gut drauf, aber auch auf Wurmmade und sowas. Könnt ihr schöne Baben fangen. Hier hoffe ich mal, wenn eine Barbe da ist, meistens kommen die im Schwarm. Dann sind auch mehrere da. Vielleicht war das jetzt die kleinste, die gebissen hat oder eine der kleineren. Mit der Pose konnte ich wieder den Biss gut sehen. Und da die Barbe gegen die Strömung weggeschwommen ist, hat die Pose sich dann gerade aufgestellt und ist dann hier lang geschwommen. Also das hier auf mich zugekommen. Das sah wirklich gut aus. Hätte ich vielleicht, mit Grundblei hätte ich das vielleicht nicht gemerkt. Deswegen macht Spaß so. Ja, der Wurm ist jetzt natürlich total zerfetzt. Den lasse ich aber drauf und hänge nur noch einen frischen da dran, der sich schön bewegt. Den Toten hier, den spieße ich noch mal schön sauber auf, dass der Hakenschenkel bedeckt ist. So genau, dann kommt noch mal ein schöner Frischer dabei, damit da ein bisschen Bewegung am Haken ist. Die sind auch nicht mehr die frischsten hier, die Würmer vom Gregor. Aber der sieht schön aus hier. Der sieht richtig gut aus. Schön. So, das sieht gut aus. Schönes Wurmbündel. Und jetzt geht der wieder da vorne rein. Ich habe mir das Grundfutter vom letzten Mal, hatte ich mir ja eingefroren und was ich für den Futterkorb verwendet habe. Es kommen dann noch mal so zwei, drei kleine Händchen von rein. Da die Strömung sehr stark ist heute, Wasserstand ist etwas höher, schmeiße ich das ein ganzes Stück Strom auf rein, damit das da hinten unter meiner Erle auch zum Liegen kommt. Wunderbar. Zwei, drei Händchen, das reicht. Ich habe das noch mal frisch angefeuchtet und wenn noch was übrig bleibt, friere ich mir den Rest wieder ein. Aber so ein bisschen Futter im Wasser, so ein Futterteppich, der da in dieser Rinne, die sich da am Boden in der Strömung gebildet hat, da abtreibt. Und da drin dann der Wurm ist natürlich immer besser, als wenn ihr einfach nur einen Wurm da reinschmeißt. Das ist natürlich sehr großer Zufall, wenn da der Fisch gerade diesen Wurm frisst. So haben die Fische ein bisschen was zu fressen. Diese feinen Paniermehlbestandteile, die da am Grund entlang treiben, dann sind da ja noch ein paar Stückchen Mais drin in dem Grundfutter. Und die Fischer haben immer was zu fressen da in der Spur und finden dann hoffentlich auch meinen Wurm. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ein größerer beißt. Das hoffe ich natürlich immer, aber naja, eine Barbe und einen Rapfen haben wir schon. Und ich bin mir sicher, da wird auch noch was beißen. Lässt sich sehr gut werfen hier. Ich meine, das ist ja kein richtiges Werfen, das ist ja eher so ein Unterhandschwenken. Aber das klappt wirklich gut. Ich hoffe, ich komme gleich mal auf meinen Stuhl hier und entspanne im Sonnenuntergang. Momentan ist es noch ziemlich spannend. Ja, macht Spaß, so eine Pose. Routenspitze als Bissanzeiger schön und gut oder elektrische Bissanzeige ist auch toll, aber halt hier so eine Pose, die im Wasser treibt, die rote Spitze, die da rausschaut und immer wieder zuckt oder untertaucht, das ist schon schön. Kurz bevor die Sonne ganz untergeht, was haben wir denn da? Auf jeden Fall was Großes. Oh, schön. Oh, ist das mal ein schöner Döbel, Leute. Ist das ein schöner Döbel, Wahnsinn. Leute, ich habe Quatsch erzählt. Das ist kein Döbel, sondern eine wirklich kapitale Nase. Ihr seht hier diese namensgebende Nase, die hier vorne drauf sitzt bei dem Fisch. Die ist wirklich schon Kapital. Tolle Nase. Habe ich hier einmal erst gefangen. Ich glaube, in einem der ersten Videos am Bach. Das muss schon vier, fünf Jahre her sein. Und jetzt hier so eine schöne, schöner Fisch. Toll. Eine Nase. Neuer Köder ist drauf. Ich habe jetzt mal so ein fettes Wurmbündel dran gemacht. Das sind hier drei dicke Dendrobenas und werde den jetzt wieder an den Platz befördern. Hier die Nase. Wirklich tolle Überraschung. Also ihr wisst ja vielleicht, hier im Bach, da weiß man nie, was man an den Haken bekommt. Aber so eine kapitale Nase, wirklich seltene Fische hat und dann auch diese Größe hier. Das war ja wirklich ein tolles Tier. So etwas überrascht und freut natürlich auch mich, weil ich habe erst wieder mit einem schönen, großen Döbel gerechnet. Da hätte ich mich auch gefreut. Es sah auch im Wasser so aus, aber dann natürlich diese bezeichnende Nase da bei diesem Fisch. Toll. Wahnsinn. Und die sind hier wirklich nicht häufig. Also ich hatte mal eine vor vier, fünf Jahren, aber die war klein. Da habe ich mich auch schon gefreut, dass es hier sowas gibt und halt mal Abwechslung am Haken hat. Aber jetzt so die Größe, toller Fisch. Gucken wir, was heute noch kommt. Aber ich bin schon voll auf zufrieden. Die Posenrute hier hat wunderbar funktioniert. Also ich glaube, ich habe kaum auf meinem Stuhl gesessen, weil ich einfach immer wieder die Pose da beobachten wollte, um dann so ein bisschen direkt reagieren zu können. Hinterhergehen, Stück mit der Rute so und die Pose beobachten, wie sie abtaucht. Spaß gemacht. Vielleicht war es gerade die Pose, die die scheue Nase da überzeugt hat anzubeißen. Wer weiß, wie oft ich sie vorher schon zuckend an der Rute hatte und dann verschlagen habe oder so. Und jetzt mit der Pose halt wirklich, das hat toll funktioniert. Schön. Bevor jetzt gleich die Sonne untergeht. Beim letzten Mal hatte ich ja diesen Mini-Bissanzeiger von Sängerverlost, den man an die Rute klippen kann, die Schnur durch das Röllchen und dann halt die Bisse angezeigt bekommt. Das gab es zu gewinnen. Plus vier Aufkleber. Gewonnen hat Charles Z2. Ich blende den Namen auch nochmal hier unten ein. Schreib bitte eine E-Mail an www.bigfishmedia.web.de. Blende ich auch hier unten ein. Schick mir einen Screenshot von deinem Google-Konto, damit ich sehe, das ist auch wirklich du bist, Charles. Deine Adresse. Und ich schicke dir diese Aufkleber und diesen Bissanzeiger zu. Wenn du möchtest, bekommst du noch eine persönliche Widmung mit Unterschrift hier auf einen der Aufkleber. Nur wenn du möchtest. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude und vor allen Dingen soll er dir viele Bisse anzeigen. Du kannst dich vielleicht ja mal melden und sagen, was er dir alles gebracht hat, wenn du ihn ausprobiert hast. Das würde mich sehr freuen. Euch gleich wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg beim Gewinnen der Route mit der Rolle. Ich werde mir noch eine Frage ausdenken. Ich bin jetzt erstmal geflasht von der Nase, die ich eben gefangen habe, weil sowas ist wirklich selten. Und ja, mir fällt bestimmt noch eine gute Frage ein. Passt auf jeden Fall weiter gut auf. Ich hoffe, es geht natürlich noch ein schöner Fisch hier, aber ich bin schon voll auf glücklich. Ich werde jetzt ein bisschen entspannen, habe mich hier in meinen Stuhl gesetzt. Die Pose liegt da vorne, kann ich schön durchs Gras hier beobachten. Und ja, was da noch kommt, das weiß nur Petrus. Ich hatte jetzt noch einige Zupfer, aber nach der großen Nase war dann relativ ruhig gewesen. Die Sonne ist jetzt hinterm Horizont verschwunden, es wird gleich dunkel. Langsam wird es auch kühl. Das ist ja hier im späten Frühjahr, sage ich mal, ist es so, dass es dann wirklich abends schnell kalt wird, auch wenn es tagsüber warm war. Ich habe zwar noch einen Pulli dabei, aber ich kann gleich die Pose nicht mehr sehen. Knicklicht könnte man natürlich montieren, aber hier bei der Wassertiefe von 50 Zentimetern das Knicklicht genau da auf der Wasseroberfläche treiben lassen. Das halte ich für keine gute Idee. Ich denke mal, die Fische werden das sehen und das wird dann eine Scheuchwirkung haben. Ich konnte alles in allem drei schöne Fische fangen, einen kleinen Rapfen, dann habe ich eine kleine Barbe gefangen und dann die schöne kapitale Nase. Dieses Set hier von Angelsport Gerlinge hat wunderbar funktioniert. Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, unter 45 Euro, ich glaube 43 beides zusammen, gibt es zu gewinnen für euch. Ich hacke euch trotzdem die Links von dem Set mal in die Kommentare, damit ihr euch das anschauen könnt. Dem glücklichen Gewinner wünsche ich natürlich jetzt schon viel Spaß mit Rute und Rolle und natürlich auch dicke Fische. Ihr habt ja gesehen, die kapitale Nase, die konnte das Ding gut ausdrillen hier im flachen Bach und es wird auch am See mit Karpfen und Schlein genauso funktionieren. Meine Gewinnspielfrage heute lautet, ich hatte drei Fische gefangen, eine Barbe, dann einen kleinen Rapfen und die schöne Nase. Welcher Fisch davon ist der Fisch des Jahres 2020? Wer mir diese Frage richtig beantworten kann und in die Kommentare schreibt, den lose ich das nächste Mal hoffentlich aus. Also einen von euch und der kann diese schöne Rute mit der schönen Rolle gewinnen und hoffentlich auch schöne tolle Fische damit fangen. Ich werde jetzt noch so lange weiter angeln, bis ich die Pose gar nicht mehr sehen kann, denn gerade so der Sonnenuntergang hier am Bach und die Dämmerung gefällt mir sehr gut und ich konnte noch einige schöne Fische fangen. Falls es was geben sollte, mache ich die Kamera natürlich mit Licht nochmal an, aber wenn ich dann gar nichts mehr sehe, werde ich einpacken und nach Hause fahren. Hab meinen Tag hier genossen, wirklich sehr schön. Das nächste Mal seid ihr auch wieder dabei. Ich denke mal, ich werde nochmal spinnenfischen gehen, bevor der Bewuchs hier am Bach wirklich so hoch ist, dass ich gar nicht mehr am Ufer entlanglaufen kann. Dann nochmal eine Runde spinnenfischen, vielleicht mit einem Spinner oder so. Und dann werde ich natürlich irgendwann probieren, hier meinen ersten Aal 2020 zu fangen. Das hat dieses Jahr noch nicht geklappt. Heute werde ich auch wahrscheinlich recht früh nach Hause. Und ja, von mir gilt es zu sagen, ich freue mich, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr die Angelei hier an diesem kleinen Gewässer auch zu schätzen wisst. Es sind nicht immer nur die Großgewässer mit den großen Fischen, sondern es sind auch kleine Gewässer, die, wie ihr gesehen habt, hier tolle Fische beherbergen. Die Nase eben, super Fisch und ich habe mich super doll gefreut. Also, egal wo ihr angelt, egal auf was ihr angelt, habt Spaß, Leute, vertragt euch, fangt tolle Fische. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.